Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Früher war mehr Hip-Hop. Äh, hier. 99$ers. Soll ich ihr in derweil mit den Warnmeldungen förr die Autobahnen in NRW weitermachen? Nein, ich warte noch Moment, halt, stopp! Du fix Current-TV mit der Elbflut or Magdeburg. Keine Witz South. Soy, Antonio, Antonio... So, Peter, Vorsicht bitte auf der A1, Köln, Richtung Reuskirchen. Zwischen Köln-Böcklemünd und Köln-Löwenig steht ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn. Ey, wie geil ich das finde, dass ich mal Köln-Böcklemünd und Köln-Löwenig sagen darf. Ich kenne ja nur Hannover, Hamburg. Dann eine weitere Wahlmeldung für die A3, Köln Richtung Oberhausen, zwischen Leverkusen und Bladen und Dreieck Langenfeld. Ich muss rappen. Ich muss etwas mehr Hip-Hop, bitte. Etwas mehr Hip-Hop, okay. A3, Köln Richtung Oberhausen, zwischen Leverkusen-Böcklemünd und Dreieck Langenfeld gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Weitere Meldung für die A2, Dortmund Richtung Oberhausen, zwischen Oberhausen, Felixrad und Kreuz-Oberhausen, 2, 2, 2 Kilometer Stau. A3, Arnheim Richtung Köln, zwischen Kreuz-Oberhausen und Kreuz-Oberhausen-Best. Baustelle, 4, 4, 4 Kilometer Stau, 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 Stau. Warten Sie, dort ist nur ein, ein, ein Fahrstreifen, drei. Und last but not least, die A44 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach, zwischen Krefeld-Fichtenhain und Münchheide. 2, 2, 2 Kilometer Stau. Wir gehen in das Rhein, mein Gebiet, mit dem Holländer. A6, Achtung, Mannheim-Hallbronn. Zwischen sind Hans-Schenzfurt und Bad Rappel rappen auf. Liegt ein Reifen auf der Fahrbahn. Vorsichtig fahren. A44, Kreuz-Kassel-West, Kassel-Süddreieck. Sind Puss on the Fahrbahn. Drive carefully. A6, A6, Rüstig-Mann-Mains. Gens Hans-Güstelsberg. Und Mainz-Lorbenheim. Liegt Ralf Daller auf der Fahrbahn. A6, C3. Mainz-Aus-Drei. Zwischen Sarsheim. Und Fischler. Ist die linke Stur. Wegen Warten uns zu arbeiten. Gib it to me. Bis Montag 15. Oh, gesperrt. Oh, schlug. A6, C6, One. Egensbach und Ursl. Zwischen Egensbach und Langen. Steht ein. Defendiert. A2, A1, A1. Und zuletzt. B, 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 B62. Sieg in Marburg. Gibt es eine Vollsperrung in beiden Richtungen. Zwischen Erntebrück und Beglasfe. Nach einem Zug und Glück. Die Sperrung mit. La Polizei. Nach bis. Mooooooon. Zauksauern. Bitte umfahren Sie diese, wenn möglich, weit von mich. Steady. Steady. Ich habe gesagt, ihr seid alle unter Arrest, Mann. Fuck you. Niggas. Diesen Vergesmeldung von diesem Präsentiert von Metal & Hip-Hop in Kassel, Moskau. Das Ess칙 verstanden. Motherfucker. Ruf ins An. 0. 0. 9. 0. 0. 33. 0. 0-2 Yeah, motherfucker, Bullshit Mir steht so ein bisschen der Schweiß auf der Stirn und so ein bisschen heiser werde ich auch Oh, Österreich Es kommt aus dem Reich Zieh dir mal die Leinen rein Achtung, das klingelt gerade auf der Leinen 0-2-9, 88, 33, 99, 0-2 Kick-FM Anti-Stay Mit Falco